Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt heute in Tauranga und ja, eigentlich ein paar Sachen kaufen bzw. auch nicht kaufen, einfach nur gucken und mal die Stadt besichtigen und später geht es noch auf den Campingplatz, McLaren Falls heißt der und da kann man angeblich nachts Glühwürmchen sehen, was ja eigentlich ganz cool, hoffentlich ganz cool sein wird. Links. Es wird Zeit für das Mittagessen. Camembert, Wurst, also Salami und Baguette. Wir sind jetzt heute am McLaren Falls Campingplatz angekommen, ist ziemlich schön gelegen hier auf so einem Hügel oder ich laufe gerade auf so einen Hügel hoch und zwar gibt es hier dann mehrere Wasserfälle irgendwo und ich habe eigentlich keine Ahnung, wo ich langlaufen muss. Ich weiß nur, dass es hier irgendwo Wasserfälle geben muss. Ich laufe hier gerade über so eine Schafswiese und die gucken mich alle nur dumm an. Jetzt habe ich endlich den Einstieg gefunden, noch 10 Minuten, ah das ist ja fast geschenkt 10 Minuten zu laufen. Aber irgendwie sieht der Wasserfall, wenn das der Bach ist, ein bisschen mau aus. Irgendwo hier werden wir heute Nacht nochmal hingehen, weil hier gibt es angeblich irgendwo Glühwürmchen. Würde mich natürlich sehr freuen. Und der Weg hier ist ja eigentlich ganz cool. Also der Weg ist spannend. So, jetzt kommen wir auch schon gleich zum eigentlichen richtigen Wasserfall und der ist wirklich einer, wie man sieht. Hier, das ist wirklich mal ein richtiger Wasserfall. Geil. Das sieht schon abgefahren aus. Nice. Schon fett. Beziehungsweise der Wasserfall. Der Wasserfall hat sich jetzt auf jeden Fall gelohnt. Ich habe jetzt bestimmt eine halbe Stunde da gestanden und habe Bilder gemacht. War auf jeden Fall cool. Aber auch so. Also ich habe auch eine Zeit lang einfach nur da gehockt und habe einfach dem Rauschen zugehört. War wirklich schön. Und ja, jetzt geht es erstmal wieder zurück. Heute Abend geht es hier nochmal hin. Wie ja schon gesagt, Glühwürmchen angucken und mal sehen. Dann vielleicht kann man ja was sehen. Wenn nicht, wird es heute das Ende vom Tag. Ja. Bis zum nächsten Mal.